Ahoi und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich bin's Palle und heute erkläre ich dir mal 5 Dinge, weswegen du vielleicht deine Entscheidung mit AIDA zu fahren nochmal überdenken solltest. Oder falls du das vorhast, nochmal gucken solltest, ob das wirklich was für dich ist. Weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, 5 Dinge, weswegen du überhaupt mit AIDA fahren solltest. Und jetzt auch mal die Kehrseite, was sind vielleicht 5 Dinge, die dich daran ein bisschen zweifeln lassen und vielleicht gar nicht so geil sind. Das schauen wir uns jetzt mal an. Deswegen würde ich sagen, let's go! Fangen wir direkt an mit dem ersten Punkt und das ist natürlich irgendwo Seekrankheit. Denn wir arbeiten hier auf einem Schiff, das für eine sehr, sehr lange Zeit. Und da ist es auch mal so, dass man zum Beispiel Seetage hat, wo man dann halt wirklich den kompletten Tag auf See ist. Und auch dann, wenn man auch im Hafen liegt und so weiter und so fort, muss man teilweise auch im Schiff bleiben. Und natürlich, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, manchmal hat man ruhigeres Wasser. Aber es kann auch durchaus vorkommen, in der Nordsee, Ostsee oder generell in allen weiteren Ozeanen, dass da hoher Wellengang ist. Und dann fängt natürlich das Schiff an zu schaukeln. Hatte ich auch schon mal auf Instagram ein bisschen erklärt, wie das dann funktioniert. Weil es gibt quasi zwei Bewegungen, die das Schiff machen kann. Einmal das hoch und runter. Und dann gibt es nochmal das seitliche Schwanken quasi. Das nennt sich Rollen. Und wenn das nach vorne und zurück geht, das nennt sich dann Stampfen. Und Stampfen ist meistens nicht so das Problem, weil man das einfach nicht so richtig merkt, wenn das quasi so hoch und runter geht. Außer am Bug, beziehungsweise am Heck des Schiffes. Bei den beiden vorderen Punkten natürlich geht es dann am meisten da hoch und runter. Und da ist es dann halt so, dass es da am meisten schwankt. Aber das Rollen, das merkt man. Weil dann wird man immer von der einen Seite zur anderen gedrückt. Und das kann dann durchaus, wenn das eine längere Zeitraum ist oder sehr extrem, dann natürlich zu Seekrankheit führen. Und da muss man auf jeden Fall schon mal vorher sich dem ganzen bewusst sein. Vielleicht schon mal vorher irgendwie bei einer Kreuzfahrt mitgefahren sein. Oder halt auch mal auf dem Schiff gegangen sein. Um das mal vorher zu checken, ist man vielleicht sogar seekrank. Und dann ist natürlich der Job überhaupt nichts vereinen. Weil es gibt zwar Seekrankheitstabletten. Ja, oder auch so Pflaster, die man hinter die Ohren kleben kann. Oder so Punktbänder, wo dann quasi hier auf die Wehen gedrückt wird. Damit das Ganze das ein bisschen verringert. Aber natürlich muss man sagen, ist das natürlich jetzt nicht die beste Voraussetzung für den Job, auf dem Schiff zu arbeiten, wenn man seekrank ist. Also das am besten vorher erstmal klären. Der nächste Punkt sind unregelmäßige Arbeitszeiten. Vielleicht bist du gerade in einem Job, wo du regelmäßige Arbeitszeiten hast und findest das ganz gut. Weil du dich da so drum herum planen kannst und genau weißt, wann hast du Feierabend, wann musst du früh anfangen. Das ist auf dem Schiff ganz anders. Weil wir hier natürlich verschiedenste Bedingungen haben. Wann laufen wir in den Hafen ein? Wann gehen da zum Beispiel Ausflüge los? Wann sind irgendwelche Events? Manchmal kommt irgendwas dazwischen, dann muss was umgeplant werden. Gerade bei mir, ich bin ja TV-Operator, ist es nochmal eine ganze Ecke mehr, weil wir natürlich abends dann Shows haben. Das heißt, wir sind abends meistens unterwegs. Aber wir haben halt auch noch Ausflüge, die wir mit betreuen und mit unterwegs sind und das dokumentieren. Und die können halt auch mal abends sein. Da kann es dann auch mal bis in den Sonnenuntergang reingehen. Es können aber auch schon Ausflüge früh sein, wo wir dann quasi den Sonnenaufgang mit filmen und so weiter und so fort. Und das ist immer relativ spontan bzw. halt wirklich unregelmäßig. Ich persönlich mag das sehr gerne, einfach unregelmäßige Arbeitszeiten zu haben, weil das für mich einfach dann mehr Abwechslung bedeutet und auch die Monotonie ein bisschen schmälert. Und vor allen Dingen ist das dann jeden Tag so ein neues Abenteuer. Und gerade in meinem Job, deswegen liebe ich den auch, ist das dann einfach so, dass man halt jeden Tag aufs Neue gefordert wird und halt was Neues zu tun hat. Und das macht es halt für mich aus, damit wird es halt nicht langweilig. Aber ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der sagt, ich mag gerne regelmäßige Arbeitszeiten, ich will mich gerne darauf verlassen, wie mein Tag aussieht, um halt alles weiter drum herum zu planen. Dann sollte man überlegen, ob jetzt das mit AIDA auf dem Schiff zumindest der richtige Job ist. Ein weiterer, wahrscheinlich offensichtlicher Grund ist, natürlich ist man mit AIDA jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause. Im Gegenteil, man ist die ganze Zeit irgendwo unterwegs in der Welt. Und dementsprechend muss man darauf achten, dass man einfach auch nicht so wirklich ein Problem mit Heimweh hat. Manchmal merkt man das erst, wenn es schon zu spät ist und man an Bord ist und dann hat man doch irgendwie Sehnsucht nach seiner Familie, seinen Freunden und so weiter und so fort. Es gibt zwar Möglichkeiten, an Bord irgendwie Kontakt zu haben. Man hat zum Beispiel Social Media, was man nutzen kann und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es nicht dasselbe, wie wenn man zu Hause ist. Für mich ist es kein Problem. Ich habe auch gerne mal ein bisschen Abstand und telefoniere dann trotzdem mal mit meinen Freunden oder meiner Family. Also für mich ist das kein Ding, aber es gibt durchaus Menschen, die dann quasi da merken, dass man einfach ein kompletter Familienmensch ist oder dass es mit den Freunden in der Stadt besser ist als quasi jetzt hier und dementsprechend will man dann wieder nach Hause. Und deswegen, falls du irgendwie schon mal Erfahrung hattest mit Heimweh und das sich bei dir irgendwie äußert, solltest du vielleicht auch noch darüber nachdenken, da das vielleicht mal auszuprobieren, aber dann schon mal ein bisschen davor gewarnt zu sein, dass man natürlich längere Zeit nicht zu seiner Familie kommen kann, sich nicht bei denen ausweilen kann, falls mal irgendwas Schlimmes ist und dementsprechend auch zum Beispiel Geburtstag verpasst, eventuell sogar auch andere Sachen wie zum Beispiel Beerdigung oder sowas, dass man dann einfach nicht dann direkt da sein kann. Das muss einem natürlich bewusst sein. Kommen wir zum vierten Punkt und der vierte Punkt hat was mit dem Schlafen zu tun, um genau zu sein mit dem eigentlichen Nichtschlafen. Denn am Boot ist natürlich sehr, sehr laut und wenn man jetzt einen sehr leichten Schlaf hat und dann immer wieder irgendwie Probleme hat, einzuschlafen oder in der Nacht aufwacht, weil sich zum Beispiel irgendwas, einen Ticken der Uhr oder sowas zu Hause schon stört, dann muss man gucken, ob das überhaupt an Burt so möglich ist, weil wir haben hier immer eine Klimaanlage, die läuft. Das heißt, da ist es jetzt nicht krass laut, aber man hört sie auf jeden Fall. Man hat Nachbarn, die man durchaus hört. Man hat sogar jemanden, der mit in einer Kabine wohnt, der über einem schläft zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Doppelkabine hat, wie ich hier. Und dementsprechend muss man da einfach gucken, wie leicht ist der Schlaf. Klar, man kann sich Oropax mitnehmen, das hilft bedingt, aber ist natürlich jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und natürlich kann es auch sein, wenn man Pech hat, dass der über einem oder unter einem dann schnarcht und dann hört man das auch. Also da muss man definitiv dann auch für gewappnet sein. Da helfen dann zum Beispiel halt die Oropax. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel Glück, mein Cabin mit schnarcht ich, ich auch nicht. Dementsprechend passt das ganz gut, aber natürlich muss man da einfach ein bisschen drauf gucken. Auch nochmal, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, wenn man im Bett liegt und das ganze Boot schwankt, merkt man das natürlich auch im Bett, wenn man dann zum Beispiel mit die Beine hochnimmt und dann schwanken die auch so ein bisschen hin und her. Da muss man auch dann dafür irgendwie bereit sein, sich darauf einzulassen, da wirklich roter zu fahren und nicht die ganze Zeit in Panik zu sein oder aufgeregt zu sein. Sonst wird das mit dem Schlafen eher ein bisschen schwierig. Und kommen wir zum fünften Punkt und der äußert sich dabei, dass wir hier eine große Menge an Menschen an Wurzeln. Das heißt, man hat immer was mit Leuten zu tun. Man hat kaum irgendwie die Möglichkeit, mal für sich selber zu sein. Es sei denn, man fragt mal sein Cabin-Mate, ob man mal irgendwie 1-2 Stunden halt schlafen kann oder mal alleine in der Kabine sein kann. Aber trotzdem ist es so, dass man halt die ganze Zeit mit Leuten zu tun hat. Und das finde ich persönlich ganz cool. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und mag das einfach, da neue Leute kennenzulernen. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der eher mehr für sich arbeitet und für sich seine Dinge macht. Und da ist es natürlich dann ein bisschen schwierig. Und dieser Job an Bord ist halt dann auch jetzt nicht so dafür geeignet. Weil sowohl mit der Crew, also man isst immer zusammen, man lernt relativ schnell neue Leute kennen, wenn man das mag. Man hat auch verschiedenste Crew-Events, aber natürlich auch mit den Gästen interagiert man. Manche mehr, manche weniger. Aber trotzdem hat man immer irgendwo diesen Gästekontakt und ist halt an Bord eines Schiffes mit tausenden von Menschen. Das muss man einfach für sich wollen. Und dazu kommt noch, dass man halt keinen Tag frei hat, sondern man arbeitet jeden Tag. Man hat kein Wochenende, wo man einfach mal sagt, okay, heute ruhe ich mich aus, heute lege ich mich mal auf die Couch, jetzt sind mir alle Leute egal. Nein, du hast jeden Tag mit Menschen zu tun. Also du siehst, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass AIDA auch ein sehr cooler Arbeitgeber ist und man hier Möglichkeiten hat, die man an Land jetzt irgendwo nicht hat. Mehr dazu aber auch in den 5 Gründen für eine Arbeit an Bord eines AIDA-Schiffes. Das habe ich euch mal hier oben verlinkt, das Video. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und da erkläre ich dann nochmal ein bisschen was, was jetzt hier so Vorteile sind, weswegen ich mich für AIDA entschieden habe bzw. für eine Arbeit hier an Bord. Ich mache das zwar auch zu meinem ersten Vertrag, habe jetzt aber auch schon meinen zweiten unterschrieben, weil ich es einfach so cool finde und die 5 Punkte für mich keine Probleme sind und wahrscheinlich für viele von der Träuchte da draußen auch nicht. Deswegen soll es jetzt auch nicht abschreckend wirken, aber einfach nochmal euch ins Gedächtnis rufen, was sind vielleicht so Punkte, die man jetzt vielleicht übersieht. Und falls du dich jetzt fragst, hä, was macht der denn jetzt überhaupt an Bord dieses Schiffes, dann habe ich dir mal hier oben ein Video verlinkt. Da erkläre ich so ein bisschen was zu meiner Position und generell kannst du dir auch mal unten in der Videobeschreibung die Playlist angucken, da ist auch ein Link dazu. Und dort findest du auch alle kompletten Videos zu dem Thema AIDA, also von den Trainings bis hin zum Bewerbungsprozess, bis hin zu meinen Erfahrungen, findest du da quasi alles nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt und da erkläre ich so ein bisschen was zu dem Alltag. Hier als Crew an Bord der AIDA, prima, auf der ich mich gerade befinde. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Wie gesagt, hier drüben findest du das Video 5 Tipps für die Arbeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes beziehungsweise an Bord einer AIDA. Wenn es noch nicht draußen ist, dann soll das nächste Woche, glaube ich, kommen. Ansonsten kannst du mich hier gerne abonnieren, würde mich riesig freuen. Da verpasst du auch keine weiteren Videos mehr, sowohl von der AIDA als auch von verschiedenen Reisen und von Essen. Das sind so meine Themengebiete hier auf diesem Kanal. Ich freue mich recht herzlich, dich hier bei mir begrüßen zu dürfen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!